Ja, ich muss sagen, ich war bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich die Bühne betreten habe, gar nicht nervös. Ich habe es immer ziemlich cool runtergespielt. Ich habe es mir eben vorgenommen, dass ich es cool runterspiele. Aber als ich dann den Schlagzeuger gehört habe, einzählen, habe ich richtig realisiert, was jetzt eigentlich passiert. Dass ich vor diesem Megapublikum stehe und jetzt meinen Lieblingssong präsentieren darf. Dieser Song hat einfach alles, von Lyrics über Melodie, Message. Also das ist für mich der beste Song auf der Welt, offiziell. Man spricht mit Mark Forster, mit Patrick Halley und man realisiert das gar nicht, welche Typen das eigentlich sind. Bin ich zu Hause im Bett gelegen und habe gedacht, okay, was ist da eigentlich jetzt abgegangen? Und wenn du die Typen auf der Straße siehst, dann drehst du komplett durch. Aber dort in diesem Stress und in diesem Adrenalinrausch war das alles ganz normal und das Gefühl war richtig, richtig cool. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020